Sozial engagiert, bürgernah. Das bin ich, Svenja Stadler. Für den Landkreis Harburg und für ganz Deutschland. Ich stehe für einen Zusammenhalt, der mehr möglich macht. Ob im Fußballverein, bei der Feuerwehr oder in der Nachbarschaft. Meine Haltung ist klar gegen rechts. Und nur gemeinsam können wir entschlossen gegenhalten. Wir brauchen beste Gesundheit für alle. Profitinteressen müssen raus aus dem Gesundheitssystem und der Pflege, damit wir alle gut versorgt sind. Heute, morgen und in 30 Jahren. Unser Wohnraum im Landkreis Harburg soll für die Menschen da sein und nicht für den Markt. Mehr bezahlbaren Wohnraum, den sich alle leisten können. Das ist der Schlüssel. Nur moderne Mobilität bringt uns weiter. Wir müssen umweltfreundlich, verlässlich, barrierefrei und bezahlbar von Tespe bis nach Toschstedt kommen. Und zwar alle. Familien, Jungspunde und Seniorinnen und Senioren. Für all das setze ich mich ein. Für alle im Landkreis Harburg. Für einen lebenswerten Landkreis Harburg. Für uns. Und deshalb am 26. September Svenja Stadler und die SPD wählen. Instead. Dann. innen